Dann kriegst du da nichts raus? Ich kann die mehr tragen. Abgeknickte, wat? Spinnen-Dietmaß brauch ich nicht. Nein! Ja, bevor du sie wegwirfst. Achso, ja. Dann kann ich das machen. Einfach auch Handeln drücken. Das, wie mein, da, hier, nee. So. Handeln. Dann verkaufe ich sie lieber. Eins! Nur noch zwei. Alter, wir haben die gesamte Nachtkatzenpopulation, glaube ich, umgebracht. Nee, da ist nur eine. Wo? Da hinten läuft sie. Sie rennt weg. Ins Gebüsch. Sie weiß, was ihr blüht. Oh, hinter mir ist auch noch eine. Ah, guck mal, die kommt schon. Die rennt freiwillig in ihr Verderben. Hallo, die gehört uns. So, komm, hast du jetzt zwei Stück. Nö. Natürlich. Nee. Und der andere? Nö. Hast du jetzt schon gelootet? Ja. Bei mir ist er noch. Ich habe ihn gelootet. Hm, hau guckt. Dahin ist noch eine. Ja, das wird sehr lange dauern. Aber immerhin Level 6 geworden. Da ist noch eine. Kannst du ja die hier vorne schon mal looten. Nö. Nö. Ach man ey, jetzt bin ich jetzt im Winter auch noch voll. Ja, aber da war da auch keine drin. So, die normalen können weg. Hier ist eine noch. Okay. Ich krieg's mal ein Stock ins Gesicht. Ja, da ist bei mir noch was drin. Hä? Warum hat die das nicht gelootet? Nö. Ja. Ja, mittlerweile dürfte es keine mehr geben, alle Tote. Es gibt hier wirklich eine Organisation, die heißt Peter in dem Spiel. Echt? Ja. Und was machen die? Ja, die kämpfen für den Tierschutz. Ach so, ich dachte, die essen die Tiere auf. Nee. Klappt sehr gut. Ja. Also wenn die... Oh nein! Da war er jetzt drin gewesen, wenn... Ja, hundertprozentig. Sorry. Jetzt hast du bestimmt schon 23 davon. Ich... Nee, du kannst noch maximal drei haben. Ja, ja, aber die machen sie doch eine Ausnahme. Sind das... Nee, keine mehr. Ein Knatzki. Sind Furballs. Nee, Knatzki. Ja, aber hier oben sind doch noch Katzen irgendwo bestimmt. Das ist ne Kacke, ey. Nee, da oben waren doch nur die Spinnen. Ja, dann müssen die wieder da unten sein, die Respawn doch. Der denkt sich auch so, was machen die denn so lange? Ich brauchte nur drei Zähne. Er wird zeitig essen hier. Da. Wie ist es jetzt? Wollten sie gleich alle kommen. Oh Gott. Fehlt noch einer. Was? Ich hatte erst einen. Ach so, ja. Hattest du nicht zwei? Nee. Da ist noch einer. Ja, dann können wir jetzt auch noch so viele Viecher töten, bis wir das Level ab wirklich haben. Ja, haben wir ja bald. Ja. Keine Ahnung, da war irgendwas drin, aber ich weiß nicht was. Also nicht das, was ich brauche. Natürlich nicht. Ja, ja, auch lächerlich. Ja, viel zu schnell. Haben wir erst 2000 Erfahrungen damit jetzt gemacht? Zuhauen. Also nicht. Nö. Ach, leck mir da oben. Guck mal bitte, wie viel Erfahrung du hast. 96 fehlen mir noch. Okay, gut. Da oben. Na, endlich. Boah, Gott sei Dank. Aber eigentlich. Komm, ein Vieh machen wir noch. Zwei, glaube ich, noch. Mit seiner Schaufel. Na, wir buddeln. Na, eins noch. Uh, Leinenstoff ist gut. Ich kann nichts mitnehmen. Ne, 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 soll ich das wieder ändern? Ja, kannst du machen. Weil dann kriegen wir einfach abwechseln. Ich finde das eigentlich nicht schlecht. Ist halt bei solchen Missionen dann vielleicht sinnvoller, dann zu ändern, aber... Ja, ich habe ein Level tatsächlich an dieser Kack-Quest jetzt gemacht. Kann man noch drei Level machen, dann sind wir schon mal gerüstet. Wie bei South Park, ne? Level 60 wäre in einem Startgebiet. Und ich will Schweine tönen. Ist leider nicht möglich. Warum? Irgendwann kriegst du keine Erfahrung mehr. Warum? Ne, ich nicht. Warum? Weiß ich nicht. Hallo, komischer Typ. Wehe, du hast jetzt noch so eine Mission, dann bringe ich dich um. Hier schon wieder? Ja, ja, ja. Abgespaltene Voodoo-Klauer. Geil, du meinst. Ich geh mal nicht mehr in diese komische Stadt rein. Ein fettes Silber habe ich verdient. Ein fettes Silber? Ein fettes Silber. Kein schlankes? Ne. Richtig fett. Ja, wir kommen in Dollarna. Eigentlich ist eine richtige Metropole. Zwei Häuschen. Aber direkt wieder 400 Mission. Wo ist die Bushaltestelle? Was führt euch hierher? Oh. Friede sei mit euch. Oh. Lass mal verkaufen. Seid gegrüßt. Oh. Kann man hier verkaufen? Hier drüben. Wo bist du? Wo bist du? Ach, du bist da hinten. Ja, da kannst du auch verkaufen. Aber hier oben ist noch eine Quest. Hä? Hm? Wo ist hier eine Quest? Hier oben. Aber ich will verkaufen erst mal. Wie darf ich helfen? Ja, mach das doch. Ich geh schon mal hoch. Das weg. Das weg. Hinten. Warum? Hast du ein Questgegenstand? Warum? Könnte ich auch verkaufen. Brauche ich da gar nicht. Oh, ich hab fast fünf Silber. Red Spitsch, ey. Hm. Hä? Was ist los? Hier ist gar keine Quest. Doch, ganz oben. Wie komme ich denn noch weiter hoch, als ich schon bin? Da ist noch eine Tür. Aha. Falsche Richtung. Ja. Und dann noch ganz nach oben. Und da sind dann nochmal... Also für jede Mission, der es so lange gebraucht hat, ein Superlevel 40, weil wir aus dem Gebiet hier raus sind. Ich bin geirrt. Hm? Hm? Was ist los? Hm? Aha. Ja, er zeigt an, welche man schon hat anscheinend. Oh Gott, ich sterbe. Ach, hätte auch nicht. Dann kann ich auch unterspringen. Ha. Viel weniger Schaden genommen als zu. So ein Schlau-Kopf. Mhm. Boah, guck mal hier, Waffenschmied. Friede sei mit euch. Boah, hier könnte ich mir ja ein Wander stecken, könnte ich mir ja machen, du. Nee, ich würde mir keine Waffen kaufen. Aber könnte ich mir machen. Kannst hier oben mal deinen Ruhestein zu dem Gasthaus, äh, knüpfen. Hat meinen Ruhestein für den Gasthaus? Ja, auf jeden Fall haben wir erstmal eine Quest hier. Möchte ich, dass du, ach, das soll ich machen, oder was? Ja. Und das heißt, ich werde jetzt hier wiederbelebt. Nein, wir können uns mit dem Ruhestein hier teleportieren. Darmastischer Blauschimmelkäse. Hm. Ja, ich nehme lieber das Quellwasser. Oh, hier ist Kräuterkundelehrer. Ja, wie ist das jetzt mit berufen? Ja, weiß ich da nicht. Muss ich hoch? Was denn oben? Weil ich nicht. Ist da oben irgendwas? Hier sind Betten. Können wir ein paar nette Stunden verbringen. Aber hier hinten können wir nur eine Quest abgeben. Oder Sekunden bei dir, aber. Und hier ist auch ein Druidenlehrer. Auch noch. Mann, hier ist ja alles. Ist ja der Place to be. Aber hallo. So. Na, danke. Was muss man denn jetzt machen schon wieder? Nix. Gleich wieder eine Viole füllen. Warst du schon bei deinem Lehrer? Nö. Kann ich hier nicht füllen. Schade. Nö, nö. Müssen wir nach Starbreeze? Wo ist der Lehrer? Hier. Da. Wie darf ich helfen? Ey, Keule. Boah, direkt zwei Sachen kann ich nicht lernen. Junge, Junge. Meinst du, es gibt ja auch irgendwo einen Jägerlehrer? Dornen und Zauner. Jetzt bin ich richtig böse, du. So. Der Dorn ist ein Buff. Jetzt werde ich schon mal gucken. Alter, hier. Komm mal her. Komm mal her. P. Hier laufen Leute lang. Ne. Die haben eine Quest. Alter, was ist denn das denn? Urtür, Urtombeschütter. Ding. Ich bin geehrt. Hast du? Mhm. Gut. Hä, warte mal jetzt hier. Ja, mach doch erst mal. Ich such mal. Wau ich den Zorn? Wau ich den Zorn direkt zweimal? Ach so, das ist die Verbesserung von dem, oder? Oder was? Ja, musste unten reinziehen. Von meinem Kamiami Puff. Genau. Da, Jägerlehrer. Hä? Hallo. Versteht das nicht. Warum? Was versteht es noch nicht? Aha. Und wo ist das andere? Dornen? Du musst mal gucken, weil ich jetzt kann ich jetzt so nicht. Das gibt es nicht. Ist das nicht passiv? Nee, eigentlich ist das ein Buff. Ach da. Wo mach ich denn die Buffs hin? Die Buffs mach ich alle da hin. Spontan zauber, Junge. Was mir vorhin zieht, sprichst ein Dorn. Ach so, das muss man dann im Kampf aber so einsetzen. Nee, das kannst du jetzt schon machen. Mach ich. Danke. Das ist ein Buff, der hält 10 Minuten. Immer wenn du angriffen wirst, nimmt der Gegner 3 Schaden. Das sehe ich aber nicht. Nee, hast ja auch auf mich gewirkt. Ja, aber dann war ich doch gar nicht, wenn da bei dir zu Ende ist. Ja, du kannst ja auch auf dich einfach wirken. Aha. Du bist ganz schön smart. So, dann äh, machen wir mal unsere 47.000 Mission. Ich muss mir mal anzeigen lassen, ja. Das weiß ich ja gar nicht, was abgeht. Aber auf jeden Fall müssen wir da hin zurück, wo wir waren. Und dann müssen wir diese komischen glühenden Tannenzapfen einsammeln. Ah, hab. Zack, da ist auch noch einer. Hier, hin. Da. Pfff. Taischt. Auf den Weg hierhin habe ich ein paar davon gesehen. Ich glaube auch da hinten, wo in diesem Starbreeze, da müssen wir jetzt eh hin. Ah. Ja, bringen sie doch um. Nein, die greift nicht an. Verrückt. Boah, ja, oder? 39 Schaden gemacht. Boah, jetzt bumst du rein, ey. One Hit. Fast. Alles vorhin habe ich hier überall diese Tapfen gesehen. Jetzt sehe ich kein einzigen mehr. Ja, alle weg. Ey, du Kackvieh, geh weg. Ich hab mir schon wieder angebummst. Oh, nein. Nein. Was müssen wir denn hier mal machen jetzt? Fiole füllen, oder? Nur das. Keine Ahnung, ist das andere auch bei ihr? Also hier in dem Gebiet? Das ist ein komischer Kopf. Ja, wir haben auf jeden Fall hier noch eine Mission. Hier drin irgendwas. Naja, hier liegt jemand tot rum. Oha. Oder nicht so tot, aber er liegt halt einfach auf dem Boden. Ohm. Die nicht unten sterben können? So, wo ist der Kack-Modenbrunnen jetzt? Hier. Man muss da jetzt ein komischer Pfeil über dem Kopf. Das ist mein Mal des Jägers. Ich habe den markiert. I. Ist das den Mondboden? Nein. Wüsste er weg? Aber irgendwas haben wir hier drin. Oh, nix. aber dafür ganz schön viel ich habe jetzt vorne am eingang von dem dorf von dem kackdorf da ist er bestimmt ach doch mal da kommen wir mit ja hier ist doch was in dem haus versteckt da in der komura so auch nur noch dieser blöde mohnbrunnen und die teufelszapfen und den einen teufelszapfen sports 2 und die teufelszapfen und die viole ja wer das ja mal der mond und die viole und die zeichnung da ist er ich finde gut wie man gar keine bewegung macht aber es hat so was ruhiges teufelszapfen und den kopf kriegen wir den zapfen irgendwo rumliegen da ist einer oh verdrückelt die ist tot was sein ich glaube nur verwirrt durch die gegend irgendwo die wird wahrscheinlich immer ausgeblendet jetzt fehlt mir noch einer ich habe vorhin so viele von gesehen wenn du darfst keine viecher ist töten wenn ich nicht in der nähe bin warst du ich glaube nicht so na du bist aber hier wieviel erfahrung hast du 1564 ok danke ja hä finde ich gut dass mir jeden buff zweimal ach das geht nicht wenn ich auf mich klicke ich muss immer auf das bild da liegt noch einer hier ja ja hier wo da dort abgeben nach scheiß ich habe nicht aufgenommen doch habe ich hast du drei von drei ach wird der 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 wenn die geld haben wird das geteilt ja das heißt man müsste eigentlich ungefähr mal gleich viel geld haben bis auf die beute die man dann macht und verkauft ja genau also was das looten angeht müssen wir theoretisch gleich viel bekommen da müssen wir soweit vorne ich weiß natürlich dass er dann wo es hingeht schon da angegreift ich auch und wir führen unser massaker fort ja gut da greifen uns ja an ist aber die auch ein frosch na 10 faul hofer ist ja ja ich müsste die quest eigentlich abgeben ja geh nicht schlecht krankhafter hass dann lass uns mal das dorf zurückgehen jetzt aha ich behindert jetzt verwandelt der ist wieder ein frosch kommst du mit froher kunde und der ist ein frosch du bist ja jetzt hingelaufen oder du bist hier ha 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 ha